Hallo Leute, heute bin ich hier bei Mido, es ist neu hier im Golf, Mido Restaurant und es ist der Besitzer. Möchten Sie dann einladen, die ganzen Nordrhein-Westfalen und die ganze Deutschland? Ja und so haben wir hier Spezialitäten von? Wir haben arabische Spezialität, wir haben neue Spezialitäten. Ja, okay, ja. Wie lange ist es hier oben? Drei Wochen. Drei Wochen, es ist noch gerade frisch Leute. Also bitte, uh, if you are watching this video and if you like this, please do subscribe also at the Instagram at Mido? Mido1910. Mido1910. In Insta, guys. So, okay. Then we will look and try their food. Danke sehr. Ja, danke auch. Guys, ich probiere mal diesen Erdbeer-Saf or strawberry juice and I'll tell you what to find. Picture-taking for Instagram? Guys, this is a good place to start. Look at that. Yeah, it is always full but the corner they have is neatly decorated with enhancing color and their stuff are so nice also that they also have their ring light if you want to. You can borrow of course. So, ordering their food and their drink is not wrong if you want to make pictures or gather with your friends. So, that is peppermints. So, that is peppermints and limonade. Und is here? Uh, erdbeer. Erdbeer-Saf. Okay. Also, Leute. Here at Ido, I have, not the beer, I have strawberry juice. So, guys, I have to speak it now in english but I'm here at the arabisch arabic restaurant and this is the owner itself. His name is Mido and I'll show you guys in the in a card the address in the telephone number and here is how it look like. He wants to invite all of my followers, my friends, those who are looking in my videos in arabic languages. Canstu schon mal ein laden in deines Spröke? Yeah, hallo. Und wie viele arbeitet hier? Das ist hier die Kuchen, wenn ihr wollt. Ich zeige euch die Kuchen. Die Kuchen sind sehr clean. Das ist eine der besten Sachen hier. Alles ist frisch. Daily, alles, was nicht sold in der Nacht. Ich danke euch, und ich hoffe, ihr kommen zu Gothen und zu mir. Ich sehe euch, dass ich mit dem Chef zusammen bin. Ich mache einen Video mit ihm. Ich bin nicht flirte. Tschüss. 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 Tschüss.